Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 27 Sekunden, falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen, danke für euren Support. Ich hoffe heute wird es einen sehr sehr heftigen Shop geben, vielleicht etwas kostenloses, ich bin gespannt, noch ganz genau 10 Sekunden, falls ihr noch keinen eingetragen habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Creator Code eintragen würdet. Let's go, 2, 1, komm schon, bitte was besonderes. Okay, hier ist jetzt nichts besonderes, hier vielleicht? Ne, 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 okay, wir haben tatsächlich den Halo Skin in den Shop reinbekommen, komplettes Paket für 2600 V-Bucks, 1.4 Rabatt, okay, Shop kommt jetzt hier in 21 Stunden, Das heißt, auch wieder um 1 Uhr morgens. Schauen wir uns das Ganze mal an. Heftiger Skin. Sehr, sehr heftig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht fresh aus. Schreibt mal eure Meinung zu dem Bundle dann gleich in die Kommentare, wenn ich alles durchgegangen bin. So, dann haben wir hier den Kollegen einmal passendes Backbling. Wird mir nicht angezeigt. Warum wird mir das Backbling nicht angezeigt? Okay, das ist irgendwie ein Bug. Wartet mal. Das können wir eventuell kurz beheben, indem wir einfach das hier machen. Eventuell funktioniert es jetzt. Ne, es funktioniert nicht. Aber ihr seht es hier auf dem Bild. Dann haben wir hier die passende Spitzhacke. Boah, die sieht aber auch mächtig aus. Boah, cooler Sound. Und jetzt zu dem heftigen Gleiter. Boah, der ist aber riesig. Krass, also das Paket lohnt sich sowieso. Alles einzeln zu kaufen würde sich jetzt nicht lohnen. Boah, das sieht schon schmackhaft aus. Ich mache nochmal kurz die Animation für euch. Okay, krass. Und dann haben wir hier ein integriertes... Ne, nicht, nicht integriert. Kann man auch so benutzen. Ja, moin. Fortbewegung. Auf so einem kleinen Quad. Krass. Okay, okay. Ich sehe hier gerade auf Twitter, Leute, dass es einen kostenlosen Stil gibt für Xbox-Besitzer. Und zwar, wenn ihr die Xbox Series X besitzt, könnt ihr einen matt-schwarzen Stil für diesen Skin euch freischalten. Aber das Ganze gilt nur für die Xbox Series X. Ich zeige euch das kurz auf Twitter. Ganz genau hier, Credits gehen hier an Finn raus. Und zwar, wenn ihr hier die Konsole besitzt und mit der S sogar auch. Okay, ich dachte nur die X. Also X und S haben diese Funktion drin. Falls ihr euch den Skin kaufen solltet, dann bekommt ihr hier diesen Skin gratis, wenn ihr eine Runde in Fortnite spielt. Ganz easy. Wie bei dem Kratos-Skin hat man ja auch bei der Playstation 5 eine goldene Variante bekommen. Und jetzt hier mit der Xbox einen exklusiven Skin-Stil. Finde ich cool. Das ist das Kostenlose anscheinend. Ansonsten haben wir nichts kostenlos im Shop. Können wir das hier sehen. Okay, ne, Backlink hat irgendwie keine Lust. Ist verbuggt. Ist aber auch nichts Besonderes. 800 für die Spitzhacke. 1, 2 für den Gleiter. Ist schon ein bisschen teuer. Da würde ich eher das Paket kaufen. Das ist lustig. Das kann man sich gönnen. Warum nicht? Gut. Dann sind wir hier durch. Sakria für 2000. Ja, finde ich ein bisschen teuer. Aber ist ein schöner Skin. Dann haben wir hier eine heftige Lackierung. Erinnert mich immer an die Black Ops 2 Diamant-Lackierung. Dann gibt es hier passende Spitzhacke. Auch ganz in Ordnung. Den finde ich jetzt gar nicht mehr so nice. Ne, gefällt mir nicht mehr so. Dann gibt es hier die passende Spitzhacke. Die finde ich nice. Aber das Problem ist der Preis. Für 800 würde sich das mehr lohnen. Aber er macht auch geil. Dann haben wir hier nichts mehr. Gaunerin war gefühlt schon echt 100 Mal im Shop da gewesen. Schon mega langweilig. Und das ganze hier für 1, 5 nichts Besonderes mehr. Dann haben wir hier Bracer oder Brace. Ist ein chilliger 800 Vivac Skin. Kann man definitiv machen. Was gibt es hier noch? Bananen-Spitzhacke. Die hat echt einen coolen Sound. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Zahnseidenwirbler. Heftiges Emote. Dann gibt es hier noch Jubelstimmung für 200. Auch perfekt. Ansonsten noch dieses Emote. Gibt es sonst noch irgendwas im Shop? Ne. Dann haben wir hier noch die ganzen Weihnachtssachen. Die gestern auch da waren. Und die vorgestern oder vor drei Tagen da waren. Und hier auch noch. Crew-Paket auch noch am Start. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Shop-Video. Oder ein Input nur noch was das dissipation ESjetange. Dann viele Abhängig contentsorkommen beim염 contracting. zuil wanting sein und abhängig durchzusaun. Bis zum nächsten Mal.